Herzlich Willkommen zum Thieme-Podcast. Sie hören aus der Rubrik Übersicht, den Röfo-Podcast. Technik und Applikationen der Nanocomputertomographie. Kampschulte und Mitarbeiter zeigen in ihrer Übersichtsarbeit das Potenzial der Nano-CT als radiologische Methode in der biomedizinischen Grundlagenforschung und diskutieren die Nutzung hochauflösender experimenteller CT-Techniken unter Berücksichtigung alternativer Schnittbildverfahren. Die Nanocomputertomographie repräsentiert eine noch junge, hochauflösende Schnittbildtechnologie und stellt eine technische Weiterentwicklung der seit längerem etablierten Mikrocomputertomographie dar. Durch Einsatz einer Transmissionsröhre, deren Röntgenfokusgröße unterhalb von 400 Nanometer liegt, sowie geeigneter Detektoren und Untersuchungsprotokolle übertrifft die Nano-CT das räumliche Auflösungsvermögen der klassischen Mikro-CT und ermöglicht eine Ortsauflösung von bis zu 400 Nanometer. Die Nanocomputertomographie ermöglicht also eine 3D-Bildgebung im Submikrometer-Bereich. Dank hoher Ortsauflösung lassen sich Strukturen auf zellulärer Ebene abgrenzen, wie zum Beispiel Osteozytenlakunen. Exemplarisch stellen die Autoren das technische Konzept der Nano-CT-Bildgebung, also die Strahlen- und Bildentstehung, sowie die Grundlagen der Probenmontage vor. Am Beispiel eines Atherosklerose-Modells werden Merkmale der atherosklerotischen Plagg dargestellt, das heißt kalsifizierte sowie hämoragische Veränderungen im Kontext der hohen Ortsauflösung und im Vergleich zur Mikro-CT demonstriert. Des Weiteren wird die Anwendung der Nano-CT zur Visualisierung der Mikrozirkulation des zerebralen Kortex, der Strukturdarstellung des Lungenparenchyms und des strukturellen Aufbaus von Knochen-Trabickeln in Abgrenzung zur Mikro-CT vorgestellt. Die Autoren stellen fest, dass die Nano-CT ein Teil des Spektrums hochauflösender, nicht destruktiver Untersuchungsmethoden ist. Die für die Nano-CT demonstrierte, verbesserte Detailerkennbarkeit eröffnet den Zugang zu Fragestellungen, die sich mit den bisherigen gerätespezifischen Auflösungsgrenzen in der Computertomographie nicht oder nur unzureichend beantworten ließen. Im Gegensatz zur Mikro-CT erscheint die In-Vivo-Nutzung der Nano-CT momentan allerdings vorerst wenig aussichtsreich. Die hierfür notwendige Unterdrückung von Bewegungsartefakten physiologischer Bewegungsmuster, die zum Beispiel aus Herzschlag, Atmung und Darmbewegung resultieren, würden deutlich kürzere Bildakquisitionszeiten und höhere Röhrenleistungen erfordern. Somit ist die Technik auch perspektivisch als bildgebendes Verfahren der Ex-Vivo-Analytik zu betrachten. Fazit Die Anwendung der Nano-CT in der experimentellen Ischämie-Diagnostik und Therapie ermöglicht eine verbesserte Darstellung der cerebralen Mikrozirkulation, hinabreichend bis auf kapilläre Ebene. Die Autoren schlussfolgern, dass die Applikationen zur Feinstrukturbildgebung der Osseren, renalen und dentalen Anatomie und Pathophysiologie exemplarisch für das Potenzial dieser radiologischen Technik und der zu erwartenden Nutzung in den kommenden Jahren stehen. Allerdings ist die In-Vivo-Nutzung aufgrund der Bewegungsartefaktenproblematik momentan noch limitiert. Die Ausgabe Vielen Dank.